es liegt also auch nicht daran hat vielleicht funktioniert dass ich hier einen repeater gemacht habe nicht hier da so die drei kommen wieder rein hat nicht funktioniert die anderen müssten wieder durch sein okay also auch das funktioniert nicht was ist denn der fehler normalerweise wenn man einen spender hat und er kriegt kriegt ein redson signal dann schießt er das weiter das heißt der hier kriegt kein redson signal der hier gibt das signal ja einmal nach unten wo man gibt der das eigentlich auch nach oben ich teste das jetzt einfach mal so drei das sind da drei signale eins zwei drei so das heißt hier ist keiner mehr hier ist einer und hier ist keiner auch keiner mehr das heißt hier müssten sie sein genau das heißt er gibt nicht nur dem unteren strom sondern auch dem da und den da also unten mitte oben und genauso gibt er hier unten mitte oben strom aber der untere blockiert mutig zumindest das heißt was fehlt wäre eigentlich noch ein repeater auf dieser ebene aber hier und hier ist es schon blockiert und hier eigentlich auch das heißt es gebe nur noch die hintere möglichkeit wir könnten einfach mal hier ein bisschen runter gehen das denn das geht okay okay hier wieder in steinen ist das jetzt der boden das ist der boden okay das müsste eigentlich wie viele sind das 1 2 3 4 5 Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das müsste funktionieren. Das heißt, jeder kriegt dann auch wieder ein Stroh... Ah, wohnen mal, das muss ja dann ein Verstärker sein. Das muss ja dann ein Verstärker sein. Und wenn wir den dann jetzt auf eins machen... So, wie viel nochmal? Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hier sind es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich gebe dem jetzt drei, dem vier und auch dem vier. Test. Nichts, immer noch einer. Obwohl da jetzt einer ist. Und der kriegt seinen Strom. Ah, Moment mal. Das beißt sich mit dem da oben. Das beißt sich mit dem Strom da oben. Das ist ja direkt drüber. Wir haben ja hier... Den da. Und direkt da drunter ist ja das. Oh. Beißt sich das etwa? Wir testen das jetzt mal unter realistischen Bedingungen. So, drei. Das ist keiner mehr. Jetzt sind sie alle hier. Suchen wir mal weiter ab. Den hatten wir schon, oder? Ich nehme mal eben das raus. Ähm, uns fehlen sieben. Okay, das heißt, wir sind entweder, entweder in der Kiste oben oder bei den oberen zwei. Ähm, die kriegen wir von oben. Das ist kein Problem. So. Wir testen jetzt nochmal. Und die realistischen Bedingungen mit drei. Nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. Nichts. 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 Ja, sie sind hoch. Okay. Finaler Test, Leute. Wir packen wieder alle rein. Und zum Schluss müssten wir 58 oben haben. Und wenn das funktioniert, dann kleiden wir wieder alles aus. 48, so. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Fehler jetzt behoben haben. Dann bleibt nämlich nichts mehr drin hängen. Und das ist toll. Okay. So, also zumindest die 57 sollten wir kriegen. Da dürfte sowieso nie etwas drin sein. Der ist ja nur zur Dekoration, damit der Boden gleich ist. So wie auch hier. Da haben wir auch zwei. Ähm. Also die, die die Tue praktisch markieren. Das ist so ein schöner Rand drumrum. Auch hier so ein schöner Rand drumrum. Dadurch erkennen wir sie sofort. Deswegen habe ich da immer zwei gemacht. So, 50. 50. 5, 6, 7 und die 8. Es funktioniert, Leute. Sehr gut. Dann kleiden wir das jetzt mit Stein aus. Au. Super. Das gefällt mir. Dann könnten wir die hier eigentlich wieder weg machen. Brauchen wir nicht. Und machen wieder... Ich habe nur die 24. Ähm. Naja, egal. So. Super. Da können wir gleich wieder der Verstärker rein. Und dann machen wir hier den hier noch weg. Und den hier. Und dann kommt der hier rein. Und hier wieder das Redstone hin. So. Ich möchte hier natürlich auch hinkönnen. Weiterhin hinkönnen. Oh. Hinkönnen. Das heißt, ich brauche auch hier die hier. Die Decken. Hier die Wände. So. 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 Auch die hier. Nein, das ist falsch Genau, dann haben wir hier noch das hier Und den Boden Kommen wir auch noch raus Oh, Eisen Da Machen wir da den Fackel rein Ich will nicht, dass da Monster spawnen So, sehr schön So Der kommt hier so runter Dann können wir nämlich hier so hin Und dann immer noch hier runter Hier drunter durch So Dann ist jetzt hier alles gut ausgekleidet So, machen wir das Auf der anderen Seite Also da auch Das kriegt jetzt wahrscheinlich dann alles Die kriegen das, die Trichter Oh nein, ein bisschen was kriegen wir So, den Boden hier Können wir auskleiden Auch das hier Oh, ich glaube das war schon einer Ähm, so Sehr schön Wunderbar Leute Wir verkleiden hier alles So Zumindest bis hierher mal So Das würde ich auch hier gerne gleich Verkleiden wollen Machen wir das mal wieder weg Damit wir da auch überall hinkommen So Das wird alles Schön verkleidet Ich habe mir schon Gedanken gemacht Wie ich da noch hinkomme Aber das funktioniert tatsächlich besser Als ich dachte So Wunderbar So, bis hierher machen wir das erstmal So, dann können wir Oh, da ist noch ein bisschen was So Das lassen wir erstmal Bis hierher Und dann machen wir dann gleich Machen wir jetzt erstmal die Decke So Bis hierher erstmal So Alles da irgendwie runtergefallen Dann hier rechts noch Oh Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht Das sieht aus wie unser Geheimgang Verdammt Warum habe ich die nicht schon Verkleidet gehabt Ja Habe ich noch was? Nö Wir müssten also neuen Stein holen Ähm Ja Toll Boah, jetzt habe ich eine geile Idee Nee So Dann können wir hier nämlich einfach so drüber laufen Dann könnten wir das sogar eins enger machen Na gut Na gut, das brauchen wir jetzt tatsächlich so Und dann ist hier der Boden Und dann kommt es hier immer noch so rein Wie ein Aufzug Und hier auch wieder so raus Würde das hier auch funktionieren? Na gut, hier ist es egal Weil ich brauche das einfach Und ich komme hier so nicht hoch Das ist richtig geil, Leute Das lassen wir so Und dann könnten wir theoretisch hier schon Die Wand hinmachen Halt, den brauchen wir Ähm Falls man da nämlich durchsieht So Geil Gefällt mir So Ich mache mal profesorisch Mache ich jetzt mal kurz hier eine Fackel wieder hin Und hier auch Ähm Aber jetzt brauche ich erst mal Ich brauche erst mal Bruchstein Ich sehe mal nach, ob da welche reingefallen ist Ja, da ist was reingefallen Okay Dann habe ich sogar noch ein bisschen Bruchstein So Dann kommt man praktisch nur noch hier so hin Und hier könnte man nach unten Geile Idee, oder Leute?